Lala lala und mal gucken wie ich den Blatt machen muss ich habe mich keinen Fall aber ich nehme lieber die Hand die Pugen bereit und ab geht's okay so krass ist das jetzt nicht geht eigentlich oder ich finde jetzt nicht besonders schwer und er hält aber viel aus das ist ok ok nein zu spät naja nicht mehr zu schlimm und ich muss jetzt oh ja genau wegen sowas setze ich safe weil das einfach eine Zumutung ist den ganzen Weg nochmal laufen zu lassen und ihr habt ihr gesehen wie Lande ist und wie kackefeuer ok hab ich ein bisschen vergessen einfach drauf ja 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 ist mir zu riskant komm wir raus verdammte ok ok man kann auch von hinten ich hab nichts zu lachen na komm doch ok hier ist er noch einfacher finde ich oder bin das nur ich der das denkt ja jetzt lasse ich doch noch ein bisschen runter ok äh greift ihn am Arsch an nicht am Kopf das macht anscheinend um einiges mehr Damage hätte ich das vorher gewusst hätte ich es gleich so um und man kriegt nur ein Live-Ex naja gut ich sag gleich mal um das beste Ende zu bekommen braucht man alle Talisman alle Urnen alle Schriftrollen und alle Live-Extensions und da ich nicht weiß wo alle sind werde ich jetzt mal nachschauen haha ist es gleich hier noch eine Info wenn ihr hier rein wollt äh ja ich zeige euch mal auf der Karte wo das ist da unten so hier ist für mich das Headbutt Game Level 2 also Medium denke ich also normale äh Schwierigkeit und man kriegt dafür man muss 10 bezahlen und kriegt 20 also ist eigentlich ziemlich blech wollte ich euch nur gezeigt haben und wir sehen uns in der nächsten Welt soo wir machen weiter und von ähm na der Stadt aus dreht ihr euch einmal um 180 Grad und fliegt hier zu der neuen ich zeig's mal auf der Karte zu dem ja zu der Nummer 6 zum Eispalast boing so ähm ihr müsst euch feuern den Todeszauber kaufen was heißt müsst äh es wäre angebracht ja wäre es ich hab wieder meine Portions auf g füllen wie ihr seht und hab ich vergessen was aus Turisten ich hab nämlich gehört hier war es irgendwo ah cool ha die letzte so zum das ist ja am schlittern und okay dann wurde ja jetzt war ich kurz abgelenkt okay ähm ja dann fliegen wir einfach mal wow 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 was the hell wow wow so kann man es machen so kann man es machen so kann man es machen andererseits wäre es einfach nur ein bisschen blöd vor allem weil es nichts gibt oh guck mal was gibt es denn hier oben der Eingang oh 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 da gehen wir mal rein hm 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 ich hoffe muss nicht rein ich denke schon hm ich denke schon so geht es einfach nicht ganz einfach oh Gott oh voll einer Bier läuft ok ok hm roi ha noch eine Lebenserweiterung damit hätten wir fast alles in diesen Dungeon da gibt es noch eine Sache und die ist schön das ist das beste beste und nochmals beste item beste item im kompletten also ähm mhm ja das war ja jetzt merkwürdig oh ok also hier ist es genauso wie in den Katakomben man muss man muss Statun kaputt machen und ich glaube noch irgendwelche Lampen oder kommt das erst noch man muss dann auch wieder Lampen anziehen ob das aber jetzt schon hier ist das ist eigentlich und wow brauchen die lange hm aua ähm ja damit wird er genommen wenn er einfach nur rockt die 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 gerade noch so ausgeliehen die nein naja danke von ihm ok wer kommt jetzt wer kommt jetzt wer kommt jetzt naja ähm ok ah ok deshalb solltet ihr euch den Todeszauber holen und ich denke mal ich werde dieses Mal den Todeszauber benutzen weil naja dafür hab ich ihn gekauft ich find's eigentlich ein bisschen lame aber dann könnt ihr ihn auch mal sehen ok 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 ja da funktioniert an ihm auch noch nicht plötzlich ha das ist ja auch lustig ha ha ja einfach mal Todeszauber benutzen dann läuft das stimmt nicht damit läuft er so gar nicht ja 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 ok das war ja nur ein bisschen name oder ok was mach ich da hab ich ihn jetzt unverwundbar gemacht oder was ja nein ich hab das schon gedacht ja ok das ist mir ein bisschen zu riskant ist schon stärker wie der erste aber ich hätte vielleicht dann ein paar mehr benutzen sollen Todeszauber holen sollen also holt euch am besten keine Ahnung das maximale 4 holt euch 4 und probiert ob ihr ihn gleich so blöd machen könnt ich weiß es nämlich nicht und wir kriegen volle Energie was ernsthaft ok jetzt kommt man hier ja benutze ich lieber mal hier ja ja die Hand benutzen wir eigentlich gut würde ich mal behaupten ok ich glaub sogar Energie was nicht nötig war ok fliehen fliehen oha was ist so ein Henker krass ok dann benutze ich mal um zu gucken was hier oben ist mein klein Freund hm ich weiß nur leider nicht wo ich hin muss hm aber hiegt es irgendwo noch ein Item was ich verdammt nochmal brauche weil es das beste Item der Welt ist ok ok machen wir mal so hängt uns das da an hm hm oh oh und ho wo war der richtige Weg hm da muss ich wieder zurück wo wow wow hm hihihi irgendwo muss nämlich noch eine Statue sein die muss man kaputt machen und da ist dann was leckeres drin das ist so lecker ist das vielleicht hier oben anscheinend wurde schön wo sind die könnten das war schlafen ok jetzt zu dem Meister jetzt bekommt man nur noch die Hälfte an ist das nicht krass also egal welchen Schaden man nimmt er wird halbiert ja das war schlau ich vor allen Dingen wenn man nicht sieht wo man hin muss dann muss ich mal wieder wechseln blablabla beim ach ja was ich noch gar nicht gesagt habe ich denke mal ich ziehe das Spiel jetzt an einem Stück durch weil ich Lust drauf habe ich habe nur die Hälfte da das finde ich mag ja dann gehen wir mal weiter dann ich probiere mal noch mal meine Energie aufzu ok ist nicht nötig ja ho 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 Das ist unser finales Gespräch. Blach! Du sollst nicht weiter gehen. Ich werde dich zuerst töten oder sterben. Okay, das ist auch nicht schlecht. Die ganze Zeit oben halten, dann kann man die ganze Zeit schön. Das ist genial. Das ist eigentlich ganz einfach. Hm. Flappen, oder? Okay. Okay, ist gut. Wow. Wow. Dieser Angriff ist mies. Richtig mies. Kupfer. Wichter. 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 Im Wind. Wichter. Wie ist das? Wichter. 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 Die Leute. Wo ist er denn? Oh, geschafft! Boing! Yeah, 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 yeah! You have found the crest of time! With it you can morph into L Gargoyle and your skin shall become like iron and decrease the damage done to you by health. Okay. Das ist geil.